Adopt me UGC Refresh und ja, wir haben auch 30 neue Möbel bekommen und die schauen wir uns jetzt alle mal an. Zum einen haben wir das Hey Pet Bed für 144$, ist eher klein, aber zum Beispiel kann man hier auch eine Kuh drauf tun, das ist ja auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Pets. Und ja doch, finde ich ganz schön, ganz hübsch, vielleicht eben draußen so im Garten mal kann man es irgendwo hinstellen, man würde gar nicht denken, dass man hier drin schlafen kann und die Aufgabe wird ja auch noch erledigt.